Ich freue mich ja schon, wenn sie immer älter sind, weil sie immer lustiger werden. Wir haben bereits den Auslauf, den kleinen Auslauf, schon unterteilt, damit der Welbe sich von seinem Schlafplatz und Spielplatz entfernen kann und sich lösen auf einer anderen Stelle. Und es funktioniert auch schon recht gut. Man kann mit der Sauberkeitserziehung nicht früh genug anfangen. Hier ist noch eine Schlafmütze. So ist eine Fähne. Ja, toll. Ja, wohl ist ein Kalimero. Ja, wohl ist ein Kalimero. Das war's für heute.